Hallo und willkommen zurück zu Nier Automata. Wir sind in Kapitel 11.4. Alle sind verseucht. Und was tun wir? Wir gehen einfach. Wir haben nicht keinen Bock mehr. Ich habe nicht gelebt, aber jetzt ist es vorbei. Nein? Ja, das ist auch richtig so. Ich möchte gehen. Tschüss. Nie wieder gibt's Boom. Einige Jura-Einheiten brachen den Einsatz ab. Die Operation scheiterte und die Androiden erlebten ihren Niedergang. Jedenfalls alle, bis auf die egoistischen Exemplare. Tja, aber die haben überlebt. Und damit haben wir auch dieses Ende. Just you and me. Vielen Dank. Haut rein.